Ab sofort ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Erdgeschosswohnung liegt im Kreis Neuwied. Das Objekt wurde 1974 erbaut und wird über eine Gas-Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer sowie einen Außenparkplatz. Die Erdgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Erdgeschosswohnung beläuft sich auf 500 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020